Hallo zusammen, begrüße euch zum nächsten Trailer am 31.10.2020. Ja, gibt es auch wieder einiges. Geht zum einen um Islam, um das Nizza-Attentat. Hat sich Logo-Kicker drum gekümmert. Dann natürlich mal so ein paar Corona-News, versteht sich von selbst. Und hier dann auch wirklich wahnsinnig viele Tipps und Ideen, wie wir es durch den Corona-Herbst schaffen können. Und ich habe neuerdings hier eine kleine Corona-Familie. Seht ihr ja auch eingeblendet. Eine Mama mit ihren zwei Corona-Jungen. Ja, könnt ihr dann natürlich gerne sehen bei VK, bei Bitschuh, die sich den Trailer bei Wacknews.tv aufrufen. Wie gehabt, den Link kopieren zur Lieblingsplattform. Und dann sehen wir uns ja vielleicht gleich wieder. Tschüss.